Ja, hallo an diesem wunderschönen sonnigen Frühlingstag. Ich dachte, wir gehen heute einfach mal raus, weil die Sonne so schön scheint. Wir machen unser Workout heute mal draußen. Alles, was ihr dazu braucht, ist einfach eine Parkbank und ein Gummiband, also ein Tube oder ein Tera-Band. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und ja, haut rein. Okay, insgesamt dauert unser Workout heute 30 Minuten. Wir beginnen mit einem 10-minütigen Warm-up. Das bedeutet, wir beginnen mit lockerem Laufen. Anschließend kommt der Hauptteil, der 15 Minuten insgesamt dauert. Unser Hauptteil hat insgesamt 6 Übungen. Wir arbeiten im Zirkeltrainingsverfahren. Das bedeutet, wir machen alle 6 Übungen einmal durch. Bei jeder Übung belasten wir uns 40 Sekunden. Anschließend haben wir nach der Übung 10 Sekunden Pause und dann folgt schon die nächste Übung. Wenn wir einmal die 6 Übungen absolviert haben, folgt die nächste Runde. Also insgesamt machen wir 3 Runden. Zu guter Letzt kommt dann noch das Cooldown, wo wir einfach nur 5 Minuten locker auslaufen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.